Inspektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inspektrum. Hallo, hier Noah. Ich bin Ace, demiromantisch und aplatonisch. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, bin weiß und ich denke, das reicht zu mir. Aber wir sind ja heute nicht allein. Wir haben noch eine Gastperson bei. Magst du dich mal vorstellen? Ja, hallo. Ich bin Noah. Ich benutze sie, ihr Pronomen, bin 19 Jahre alt, auch weiß und hallo, hallo. Genau, und ich darf euch jetzt kurz zusammenfassen, worüber wir heute reden. Und zwar lautet der Titel dieser Folge ja Weiblichkeit kritisch betrachtet. Und ja, wir werden uns darüber unterhalten, was Weiblichkeit eigentlich ist, was es für Vorstellungen und Stereotypen gibt. Aber auch über die Intersektionalität zwischen Weiblichkeit mit Aromantik und Asexualität, aber auch mit Race. Genau, und ich würde sagen, dann legen wir jetzt gleich einmal los. Hallo, hier Finn aus der Nachbearbeitung. Ich bringe euch heute die Inhaltswarnungen für die heutige Folge. Wie gesagt, sprechen wir heute über das gesellschaftliche Bild und die Konstruktion von Weiblichkeit. In der Folge sprechen wir deshalb unter anderem über Geschlechterstereotype und Geschlechterrollenklischees, das binäre Geschlechterkonstrukt, das Patriarchat und dessen Auswirkungen. Wir reden auch über Misgendering und darüber, dass Personen anhand ihres Aussehens in ein bestimmtes Geschlecht eingelesen und Erwartungen an sie gestellt werden, je nachdem in welches Geschlecht sie eingelesen werden. Wir reden eben auch über diese Erwartungen und die Zuschreibung von Stereotypen an binäre Geschlechter. Wir sprechen außerdem über toxische Männlichkeit, also problematische Männlichkeitsbilder, teils binäre Sprache und die Objektifizierung von insbesondere Frauen, Sexismus, Pathologisierung, Misogynie und auch die Kinderwunschnorm. Solltet ihr euch jetzt mit einem dieser Themen unwohl fühlen, hört die Folge doch gerne mit einer Person, bei der ihr euch sicher fühlt. Wenn ihr eines der genannten Themen komplett überspringen und nichts darüber hören wollt, findet ihr in unseren Shownotes unter der Folge die genauen Zeiten, wann wir über was sprechen. Das sollte es euch möglich machen, die entsprechenden Stellen, wie ihr wollt, zu überspringen. Und ihr könnt natürlich wie immer auch die gesamte Folge überspringen, wenn euch das lieber ist. Genau, das war es soweit mit den Inhaltshinweisen. Außerdem möchte ich hier noch anmerken, dass wir in dieser Folge stark und hauptsächlich aus der Perspektive nicht-binärer AFAB-Personen sprechen. Also aus der Perspektive von Personen, denen bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeschrieben wurde, die sich selbst aber nicht als weiblich identifizieren, sondern nicht-binär sind. Wir werden in Zukunft noch weitere Folgen zu diesem Thema aufnehmen, wobei dann auch Personen mit anderen Perspektiven auf das Thema Weiblichkeit vermehrt zu Wort kommen sollen und werden. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Dann steigen wir doch direkt mal ein ins Thema. Und zwar würde ich euch gerne fragen, wie ist euer Verhältnis zu Weiblichkeit eigentlich? Ja gut, also ich identifiziere mich ja selber nicht als weiblich, aber Weiblichkeit ist für mich sowas. Also wenn ich nicht bewusst darauf achte, mich androgyn zu präsentieren, und auch das klappt nicht immer, dann werde ich eben meist als weiblich gelesen und wahrgenommen von Menschen. Und dementsprechend werden dann gesellschaftliche Anforderungen oder Rollenerwartungen auch an mich herangetragen. Aber ich denke, darüber werden wir jetzt auch noch weiter sprechen. Aber Weiblichkeit ist für mich sowas, was von außen an mich herangetragen wurde oder wird sehr oft. Nora, wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich identifiziere mich selbst als weiblich. Und ich weiß auch nicht wirklich, was ich da noch mehr zu sagen soll, weil mir fällt da jetzt spontan noch nichts ein. Musst du auch nicht. Das ist schon ziemlich gut, denke ich. Nora. Ja, Weiblichkeit. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Für mich ist es etwas, was mir einfach von außen zugeschrieben wird, ich aber nichts mit anfangen kann und mich auch nicht so identifiziere. Also ich habe da nicht wirklich ein Verhältnis zu. Das ist irgendwie eine leere Worthülse für mich. Ich glaube, darüber, was das vielleicht bedeutet oder auch nicht bedeutet, reden wir ja jetzt noch. Ist vielleicht ganz gut. Also stellt sich die Frage, was ist Weiblichkeit? Da zeigt sich halt gleich einmal, dass es so gar nicht so einfach ist, Weiblichkeit auch zu definieren. Also vielleicht hast du schon einen Punkt irgendwie mit, es ist auf der einen Seite so ein bisschen, oder was das sein soll, auch manchmal auch so eine Worthülse. Aber im Grunde wird Weiblichkeit dann gesellschaftlich oft als Gegenstück zu unter Anführungszeichen Männlichkeit definiert, in einem binären Geschlechtersystem. Es wird quasi gesagt, weiblich, also das, was weiblich ist, ist nicht gleich männlich. Und Männlichkeit oder das, was männlich ist, ist nicht gleich Weiblichkeit. Dementsprechend wäre Weiblichkeit quasi ein Fehlen von Männlichkeit, beziehungsweise männlich konnotierter Eigenschaften oder als männlich angesehener Eigenschaften. So ganz platt zum Beispiel, dass Frauen werden dann quasi männlich angesehene Eigenschaften abgesprochen. Zum Beispiel Autofahren zu können, also da haben wir ja gerade dieses tolle Vorurteilstereotyp, Frauen können nicht Autofahren oder Einparken, aber so etwas. Oder auch Männer sind das, also was weiß ich, mutig, aggressiv, keine Ahnung was. Und Frauen sind das alles nicht oder so. Auch mir fällt da noch ein, Männer sind gut in Mathe, Frauen nicht, was ich immer nicht verstanden habe, weil ich werde weiblich gelesen und war sehr gut in Mathe. Genauso wie weiblich gelesen Personen haben keinen Orientierungssinn, was ich nicht verstanden habe. Ich habe einen ziemlich guten. Ja, da fallen mir, glaube ich, noch mehr ein. Ja, und wenn wir von Sexualität sprechen, dann wird Frauen ja oft eher so eine passive Sexualität zugeschrieben, auch so im Gegensatz, also so in den Gegensatz gestellt zu männlicher Sexualität, die so als aktive Sexualität gesehen wird. Und dementsprechend wird Frauen dann auch ein niedrigerer Sex-Drive zugeschrieben häufig. Und es wird quasi gesagt, ja, Männer sind die, die Sex haben wollen und die aktiv sind und das initiieren vielleicht auch. Und Frauen haben niedrigeren Sex-Drive, was weiß ich wollen, vielleicht eher Romantik. Und sind in der Sexualität dann eher passiv. Hier würde ich gerne noch hinzufügen, das sind natürlich alle Stereotypen und Zuschreibungen. Ja, genau, wir gehen jetzt eigentlich nur Stereotypen durch. Was man vielleicht noch dazu sagen soll, einerseits sind sie passiv, aber gleichzeitig sollen sie für Männer oder für männliche Sexualität verfügbar sein. Also man könnte jetzt überspitzt sagen penetrierbar sein, was eben auch wieder irgendwie ein bisschen widersprüchlich ist. Ja, der Kommentar penetrierbar oder dieser Zusatz penetrierbar in unseren Notizen kommt halt von mir, weil ich schon so ein bisschen das Gefühl habe, dass gesellschaftliche Sexualität oft auf Penetration heruntergebrochen wird. Also erstmal dann auf heterosexuellen Sex und dann auf Mann penetriert Frau. Und das ja auch sehr lange so war, dass alles andere quasi pathologisiert wurde. Und dementsprechend wirkt das, glaube ich, immer auch noch nach. Und es ist schon diese Erwartung, dass eine Person, die als weiblich eingeordnet wird, dann auch für männliche Sexualität funktioniert in diesem heterosexuellen, binär, also cis-heteronormativen Konstrukt. Was sicher für manche Menschen funktioniert, aber auch für viele andere nicht. Und da gibt es auch dieses Stichwort, denke ich, von angemessener Weiblichkeit. Also, dass Männer Sex wollen, aber Frauen sollen keinen Sex wollen oder doch, aber es zumindest nicht zeigen. Also ich glaube, es wird immer mehr schon so, dass Frauen auch Sex wollen dürfen, denke ich, gesellschaftlich auch. Aber es ist immer noch, also Slutshaming, also Menschen beschämen oder vor allem weiblich gelesen oder weibliche Personen zu schämen, die zu viel Sex haben oder mit zu vielen verschiedenen PartnerInnen Sex haben, ist halt auch immer noch ein Thema und ein Ding. Zumindest erlebe ich das immer wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch so ist. Doch, so ein bisschen kenne ich das auch. Es hat so ein Geschmäckle von, wie ein Mensch es macht, ist es verkehrt. Oder in dem Fall, wie ein Frau es macht, ist es verkehrt. Ich weiß nicht, Nora, wie du da zustehst. Ja, bei mir ist das eigentlich ähnlich. Also, ich bekomme es nicht so viel mit, aber ab und zu schon. Gleichzeitig sollen dann aber Frauen doch, also nicht zu viel Sex haben, nicht mit zu vielen Menschen Sex wollen. Generell nicht zu viel Sex wollen, aber dann schon Sex haben wollen bzw. verfügbar sein für den Sexualpartner. Oder eigentlich, grob gesagt, also im ganz engen Bild gesagt, für den romantischen Partner oder so sogar. Also, da gibt es jetzt natürlich wieder verschiedene Bilder. Manche Menschen denken das wahrscheinlich enger, manche weniger eng. Und was ich da spannend finde, ist, also ich habe vor einiger Zeit mal das Buch Refusing Compultory Sexuality, A Black Asexual Lens on a Sex Obsessed Culture von Sharonda J. Brown gelesen. Und da gab es einen Abschnitt bzw. ein Kapitel, Unterkapitel dazu, in dem das vorkam, also in dem sie über die Geschichte von der Pathologisierung weiblicher Sexualität geschrieben hat und weiblicher Lust, wo es auch darum ging, dass eben historisch weibliche Lust und Sexualität im Vergleich zur männlichen Sexualität, also im Vergleich zur Sexualität und Libido des männlichen heterosexuellen Partners pathologisiert wurde. So nach dem Motto, ja, wenn sie mehr Sex wollte als er, dann war da was falsch mit ihr. Und wenn sie weniger Sex wollte als er, also nicht verfügbar war für seinen Sex Drive, dann war da auch was falsch mit ihr, so. Dann war sie frigide. Also das finde ich sehr spannend eigentlich, das zu betrachten, weil es halt zeigt, wie sehr da erst einmal männliche Sexualität der Maßstab war und vielleicht auch noch nachwirkend ist. Und gleichzeitig wird halt, weil wir schon gesagt haben oder Noa's eigentlich gesagt hat und ich es jetzt mehrfach, glaube ich, ausgeführt habe, Frauen eben mehr eben diese Bottomhood-Position, also nochmal diese passive Position im Gegensatz zur Topness beziehungsweise aktiven Sexualität von Männern zugeschrieben. Ein anderer Punkt, der Frauen und weiblich gelesenen Personen oft zugeschrieben wird, ist der sehr hohe Wunsch nach Familie, Kinderwunsch, Gefühle haben und zeigen, wobei ich sage, möchte alle Menschen haben Gefühle und sollten die auch zeigen dürfen, wo am Rande erwähnt, Emotionalität im Allgemeinen, Sanftheit, Submission, Zuhören, eben vor allem dieses Kinderwollen bekommen können und das ist halt eine Schande und unweiblich, wenn man das nicht kann und nicht möchte und ja, das hat man mir auch schon gesagt, als ich mitteilte, Kinder mag ich, aber ich möchte keine eigenen. Ja, ich habe das auch schon mal abbekommen, also eigentlich tatsächlich mehrfach, aber einmal ganz extrem, habe ich, glaube ich, eh schon mal hier erzählt, wo mir so ein Typ, der mich nicht mal kannte, weil ich ihn zufällig in der Bahn getroffen habe und er halt mit mir und einer anderen im Abteil saß, mir gesagt hat, was ist denn eine Frau, die keine Kinder bekommt und ich war so, nee. Also zu dem Zeitpunkt war ich noch voll überfordert damit auch, das ist jetzt schon wieder Jahre her. Vor allen Dingen, was ist das für eine Aussage, vor allen Dingen, wenn du jetzt eine Person hast, die sich wirklich als Frau identifiziert, die Kinder haben möchte, aber nicht bekommen kann. Voll. Herzlichen Dank. Ich finde das richtig krass oder auch, ansonsten hatte ich es öfter, dass mir Leute gesagt haben, ja, das wird sich halt noch ändern und ich denke mir dann jedes Mal, ja, das kann sich gegebenenfalls ändern, ich glaube aber nicht, dass es sich ändert und wer bist du eigentlich, dass du das besser weißt als ich? Also ich sage ja nicht, dass ich weiß, dass sich das niemals ändert, aber erstens sehe ich es gerade nicht, zweitens glaube ich halt nicht, dass es passiert und manche Menschen wollen Kinder, manche eben nicht und das ist halt nicht eigentlich, im Endeffekt nicht gegendert. Was ich auch sehr spannend finde, weil ich einfach viele Männer oder sich als männlich identifizierende Personen kenne, die sehr wohl einen Kinderwunsch haben und einen Wunsch nach Familie oder eine Familie zu gründen. Und was diese Sanftheit und Emotionalität angeht, ist ja nochmal so ein Punkt, damit verbunden ist dann halt oft auch, dass, ich weiß nicht, zumindest an mich oft drangetragen wird oder vielleicht fällt es mir auch noch mehr auf, weil ich halt qua meiner Aromantik, dass dann so ein sehr hoher Wunsch nach Romantik, Beziehung und Liebe Frauen zugeschrieben wird oder als weiblich kategorisierten oder einkategorisierten Personen in dem Moment. Ja, da können dann so lustige Sachen rauskommen wie, ich bin ja demiromantisch, ich verliebe mich durchaus, aber ich habe es nicht so mit, was ich gerne als kitschige romantische Gesten bezeichne. Da wurde mir schon mal mitgeteilt, ich bin ungefähr so romantisch wie ein Ziegelstein. Oh toll. Ich muss sagen, ich bin gerne ein Ziegelstein. Ist das jetzt so ein Witz? Nora, darf ich mal fragen, wie du diesen Part oder wie du das erlebst mit Romantik oder Emotionalität oder nicht oder so? Also ich bin selber nicht so krass emotional wie so manche andere Leute und vor allem früher habe ich dann oft so Sprüche dazu bekommen, ob ich irgendwie ein Roboter sei oder so, weil ich keine Emotionen zeige oder so, wo ich mir auch so dachte, wäre ich jetzt männlich gewesen, hattest du das Gleiche zu mir gesagt, weil in dem Moment war das irgendwie sehr komisch so? Das ist krass auch. Also ich finde so Aussagen auch immer krass. Ich meine, was willst du einer Person überhaupt sagen? So ein bisschen auch, ich habe auch manchmal bekommen, dieses Lächel doch mal ein bisschen mehr. Sonst glauben Leute, du bist unfreundlich. Und da denke ich manchmal, ja, ich verstehe, dass du offensichtlich ein Problem hast, meine Mimik zu deuten. Aber warum sollte ich jetzt für dich lächeln oder lachen oder mich? Ich frage mich da halt echt, würdest du das sagen, wenn du mich nicht als weiblich kategorisieren würdest oder so? Beziehungsweise würdest du von mir dann auch diese emotionale Reaktion überhaupt erst erwarten auf die Art und Weise? Und dann noch dieses, ja, warum erwartest du von mir, dass ich für andere Leute nahbar, hübsch bin, lächle oder so? Keine Ahnung. Aber das, das kenne ich auch, solche und ähnliche Kommentare. Ich laufe zum Beispiel sehr gerne durch die Gegend und denke über irgendwas nach, grübele über irgendwas nach und dann achte ich jetzt nicht so auf meine Gesichtshüge. Die sehen dann wohl nicht unbedingt super fröhlich aus und da wurde mir auch schon mehrfach angetragen, ich soll doch mal mehr löcheln und weiter. Aber ich, also sorry, ich denke nicht die ganze Zeit ans Lächeln, wenn ich gerade mir über irgendwelche Dinge Gedanken mache. Und außerdem reißt mich das dann auch jedes Mal raus. Ja, voll. Aber ich finde, wie gesagt, ich finde das einfach eine wahnsinnig seltsame Erwartung, also dass von Frauen unter Anführungszeichen einfach mal erwartet wird, dass du lächelst, schön bist unter Anführungszeichen, dich freundlich gibst, dich offen gibst, emotional bist, einfühlsam bist, auf die Emotionen von anderen Personen reagierst auf eine bestimmte Art und Weise. Was eigentlich schon total viel vorschreibt, auch daran, wie du selbst mit Emotionen in deinem Umfeld oder bei dir selber umzugehen hast, auf eine bestimmte Art und Weise. Und das würde ich mal behaupten, passt halt auch nicht zu jeder Person gleichermaßen. Also ehrlich, was wir so bis jetzt aufgezählt haben, wenn man das in eine Jobbeschreibung schreiben würde, könnte man sagen, prima Servicekraft. Tja. Aber gut. Ja. Hm. Genau, was noch zu sagen wäre, ist, dass Frauen in diesem binären Geschlechtermachtverhältnis die untergeordnete Position einnehmen, die quasi von Männern dominiert wird. Das trifft sich ein bisschen auch mit dem, was wir bislang gesagt haben, von wegen aktiv-passiv und so weiter. Ja, und dann haben wir uns noch notiert, wie das ist mit dem Erwachsenwerden. Also es gibt ja diesen Satz, Sex zu haben macht Jungs unter Anführungszeichen zu Männern unter Anführungszeichen. Und im Gegensatz dazu gibt es bei Frauen noch so ein bisschen auch ein anderes Narrativ. Und zwar, dass Mädchen unter Anführungszeichen zu Frauen werden unter Anführungszeichen, indem sie die Periode bekommen, also dadurch werden sie quasi penetrierbar und können Kinder bekommen, so auf eine Art. Und bei Männern also dieses Sex zu haben, das wäre eine aktive Handlung und die Periode bekommen bei Frauen wäre eher so eine passiv-biologische Gegebenheit, die die Person quasi ereilt, die sie vielleicht auch nicht mal will oder es ist egal oder keine Ahnung. Nicht allen jetzt, manche wollen es auch, also so ist es nicht und machen und Leute, die sich als weiblich identifizieren, stehen oft sicher auch nochmal anders dazu oder auch wenn Menschen einen Kinderwunsch haben, dann fühlt sie sich das, soweit ich das verstehe aus Gesprächen, auch immer so ein bisschen anders an. Aber es ist halt ein bisschen Unterschied zu der aktiven Handlung. Ich muss noch was dazu sagen, in meinem Umfeld war es tatsächlich nicht die Periode, sondern da wurde mir auch gesagt, der Sex mit Männern, also Anführungszeichen, macht Mädchen in Anführungszeichen zu Frauen in Anführungszeichen. Aber auch wieder der Mann macht das Mädchen zur Frau. Also auch wieder passiv. So kenne ich es halt. Ja, ich glaube, das passt eigentlich auch tatsächlich auch da rein. Also ich glaube, da gibt es ja auch unterschiedliche Narrative einfach. Ich glaube, Sexualität ist generell sehr oft stark mit Erwachsenen oder wird stark an Erwachsenwerden geknüpft. Und dementsprechend wundert es mich nicht, dass es das auch für Mädchen oder Frauen oder weiblich kategorisierte Kinder erstmal gibt, dass sie durch Sexualität erwachsen werden oder diese Annahme. Ich finde halt spannend, was du gerade gesagt hast, von wegen, ja, der Mann macht sie dadurch, durch, dass er sie penetriert zur Frau oder zur vollen, erwachsenen Person in der Gesellschaft oder so. Und wenn wir in ein ganz konservatives Bild gehen von Familie oder auch von Geschlechterrollen in sehr stereotypes, dann hätten wir ja sogar diese Frage, die Frau oder das Mädchen unter Anführungszeichen hat vielleicht auch nicht mal Sex, bis es in diesem cis-hetero-patriarchalen System zum Ehepartner kommt und er sie durch die, in der Hochzeitsnacht dann quasi in dieser Ehe zu einer erwachsenen Frau macht, dann wäre sie erst durch die Sexualität und durch die Heirat einer erwachsenen Frau großes Thema, denke ich, und viel Problematisches auch. Ich meine, dann kann sie ohne, also auch so, auch wenn wir das jetzt wegnehmen von diesem ganz engen Bild, kann sie ohne Zutun des Mannes nicht erwachsen werden. Das hat ein ganz schönes Geschmäckle. Ja. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wir hatten dann noch aggressive Emotionen und so, hatten wir uns notiert, wobei Frauen ja oft gesagt, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber so ein Kommentar von wegen, hast du deine Tage, oder etwas anderes wäre, die wurde zu lange nicht mehr durchgefögelt, hätte ich auch schon mal gehört. Du bist aber ganz schön untervögelt. Ja, genau. Was auch irgendwie krass ist, also so bei Männern werden so aggressive oder aggressive oder Wut oder Emotionen, das gehört so ein bisschen zu den erlaubten Emotionen und bei Frauen gehört es halt irgendwie, oder Personen, die als weiblich eingeordnet werden, gehört es halt irgendwie nicht zu den erlaubten Emotionen. Wie erlebst du das, Nora? Das würde mich jetzt interessieren. Also, ich bin nicht so oft so aggressiv oder so. Ja. Und auch in meinem Umfeld habe ich jetzt nicht so viele weiblich gewesene Personen, die oft aggressiv werden, aber diesen Spruch, hast du deine Tage, wenn man nur ansatzweise irgendwie diese aggressive oder ja, in diese Richtung halt geht, der kommt schon des Öfteren vor und ich verstehe den auch irgendwie gar nicht, weil ich denke mir so, hättest du deine Tage, dann wirst du genauso reagieren. Oder nochmal irgendwie anders. Also, so ähnlich wie bei diesem Stichwort Hysterie. Ungewollte Emotionen werden gerne mal auf Hormone geschoben oder auf, ja, auf die Tage zum Beispiel bei Frauen und damit eben auch wieder auf Hormone, was auch irgendwie krass ist. Und im Gegensatz dazu ist halt irgendwie in einer Situation ist irgendwie so Wut okay und wird nicht abgewertet, wenn die Person ein Kind verteidigt oder das eigene Kind verteidigt. So aller unter Anführungszeichen Mutterinstinkt ist okay. Aber sich selbst verteidigen nicht. Ja. Nee, ich glaube, da ist halt echt oft so, was ich gesagt habe, so wenn Emotionen als nicht, also unter Anführungszeichen nicht angebracht gesehen werden oder es die anderen Personen gerade nicht interessiert, dann überreagiert sie hysterisch oder hat die Tage und damit werden ja die Gefühle oder das, was geäußert wird, auch wieder abgesprochen und dann muss auch nichts getan werden. Also es ist eigentlich irgendwie so ein relativ krasser Mechanismus auch. Gleichzeitig wird diese Idee beziehungsweise das Konzept von Weiblichkeit auch gegen queere Menschen verwendet. Es gibt zum Beispiel einige Stereotype, die mit Weiblichkeit zu tun haben und die verwendet werden auch, um queere Menschen abzuwerten. Zum Beispiel werden unter anderem schwule Männer als verweiblicht oder zu weiblich wahrgenommen und dann gesellschaftlich oft auch nicht als vollwertige Männer gesehen, weil sie eben weibliche Attribute haben oder in weibliche Attribute zugeschrieben werden und gleichzeitig werden sie dadurch aber auch sexualisiert, also als sehr sexuell wahrgenommen und als predatory, beziehungsweise ihnen wird dann Täterschaft zugeschrieben. Also sie werden dann auch als sexualisiert und sexuell übergriffig gesehen. Das sehen wir auch bei Transfrauen, die ja auch oft gesellschaftlich sehr sexuell wahrgenommen werden von Menschen und wo auch sehr viel Täterschaft zugeschrieben wird, also wo Transfrauen dann nicht mehr als Frauen gesehen werden, sondern als Männer, die sich sexuell übergriffig verhalten, die verweiblicht sind und sexuell aggressiv sind, weil diese männliche Sexualität und auch eine Übersexualisierung stattfindet im Zusammenhang mit dieser Weiblichkeit beziehungsweise mit der Vorstellung von Verweiblichung. Und andersrum werden sich männlich verhaltende Frauen auch ihrerseits abgewertet, also so ein bisschen wird das als Versagen in der Weiblichkeit gesehen. Also natürlich einerseits ist das so ein bisschen so ein schmaler Grat, weil zum Teil dann Frauen, die oder weiblich kategorisierte Personen, die sich männlicher verhalten, auch ernster genommen werden. Also ja doch, ernster genommen werden in verschiedenen Kontexten. Also quasi dadurch, dass diese männlichen Eigenschaften unter Anführungszeichen verkörpert werden, ist plötzlich auch, darf auch oder kann auch ernst genommen werden, was irgendwie schon ziemlich problematisch ist. Aber gleichzeitig hast du dann so ein Versagen in Weiblichkeit an irgendeinem Punkt oder wo du einfach Kommentare kriegst. Also ich trage ja die Haare sehr kurz beziehungsweise rasier sie mir auch ab und ich kriege halt auch öfters Kommentare dazu von irgendwelchen random Leuten, warum ich sie mir dann nicht wachsen lasse, weil es sehe ja so schön aus, die mich dann noch misgendern und sagen, das ist doch eine Frau oder ich habe ja, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich einmal versucht habe, das bei einer Friseurin zu machen zu lassen und seitdem mache ich es mir selber, weil sie einfach ewig mit mir rumdiskutiert hat, ob ich das wirklich will. Like, ich bezahle dich dafür, mach es einfach, jetzt mache ich es selber. Ich kenne das Thema aber auch, ich hatte eine Zeit lang richtig lange Haare, also die gingen mir wirklich über den Rücken schon fast, naja bis zum Hintern noch nicht, aber knapp da drüber und das ging mir auf die Nerven und ich wollte sie wieder auf schulterlang, ich trage sie meistens schulterlang, zurückgekürzt haben und da wurde mit mir ewig diskutiert, ja was man noch alles machen könnte, man kann die Haare ja noch retten, also die waren kaputt, die hatten Spliss alles und ich wollte es auch nicht mehr. Und wurde mit mir ewig rumdiskutiert und die sind doch aber so schön und so rotblonde Haare und das kann man doch nicht abschneiden und wir können die doch noch retten und die sind nicht gesagt, können die bitte einfach abschneiden, das hätten wir in fünf Minuten geklärt. Einmal Schere, Ritzrad ab, sie hat es dann gemacht unter Zetern, aber ehrlich, ich gehe seitdem auch nicht mehr zum Friseur, ich mache das selber. Ich mache mir einen Zopf, schneide die Haare ab, dann richte ich das noch ein bisschen vom Spiegel fertig. Da habe ich viel weniger Stress. Ja, da sind wir auch irgendwo an dem Punkt, wo es um die Selbstbestimmung von Frauen über den eigenen Körper geht, eigentlich noch nicht, also es sind Haare, es ist noch nicht mal krass der eigenen Körper, aber über den eigenen Style, über das eigene Aussehen und was mir gerade noch eingefallen ist bei diesem Abwerten bei Versagen bei Weiblichkeit, wir waren ja schon irgendwie beim Kinderwunsch oder dass der fehlende Kinderwunsch abgewertet wird, ist glaube ich auch so ein Punkt. Oder auch, dass Mütter, die, also es ist sowieso so ein Ding, dass sobald ich, also ich habe selber keine Kinder, ich will keine Kinder, aber ich kriege das bei befreundeten Personen, bekannten Personen mit, die halt jetzt Kinder bekommen haben, auch in den letzten Monaten und Jahren, dass irgendwie sobald Menschen Kinder kriegen, weiß eh jeder, wie du dich am besten oder besser um dein Kind kümmern könntest. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ja Frauen, die nicht viel daheim bleiben und sich ums Kind kümmern zum Beispiel oder die sehr schnell wieder arbeiten oder was auch immer oder sonst irgendwelche Dinge machen, die Leuten nicht gefallen, einfach auch ganz schnell als Rabenmütter beschimpft werden oder bezeichnet werden oder als schlechte Mütter. Bei Dingen, wo ich mir denke, wenn eine Person, die jetzt als männlich gelesen werden würde oder die auch männlich ist, das tun würde, wäre das gar kein Problem. Also wenn ein Mann nicht in Elternzeit geht und so oder nicht viel, stört kein Menschen. Bei einer Frau stört das irgendwie sehr schnell und es weiß eh jeder, wie sie es besser macht, weil eigentlich sollte ja ihre erste Priorität sein, sich jetzt nur um das Kind zu kümmern. Und es wird wahrscheinlich die meiste Zeit auch gar nicht gefragt, wer vielleicht noch da ist und hilft, um das Kind zu kümmern, wenn die Mutter vielleicht nicht da ist oder der Elternteil. Ich weiß nicht, ob das noch dazu sieht, aber was mir gerade noch spontan einfällt, wenn du ein Kind bekommen hast als weiblich gelesene Person, dann bist du auch irgendwie so ein bisschen, ist mir aufgefallen, werden viele so ein bisschen depersonalisiert. Das ist dann nur noch die Mutter vom kleinen Tim. Aber nicht mehr, was weiß ich, Laura, sondern die Mutter vom kleinen Tim. Das ist auch so ein bisschen, was mich so ein bisschen, ich weiß nicht, hat so ein Geschmäck. Ist mir persönlich noch nicht aufgefallen, aber krass, ja. Ich weiß nicht, es ist auch generell, diese Mutterrolle ist, glaube ich, so ein großes Ding. Ich habe mich da neulich mit einer befreundeten Person drüber unterhalten, die ist sich nicht sicher, ob sie mal ein Kind kriegen will oder nicht. Und wir hatten uns da halt drüber unterhalten und sie war sich auch unsicher. Also sie hat mich gefragt, ob ich denke, dass sie, als das sie dann glücklich oder wie das ist mit glücklich werden und ob sie das braucht, weil halt von der Gesellschaft kommen schon sehr viele Anforderungen oder Erwartungen auch oder Aussagen von wegen, ja, Kinderglück ist das größte Glück und was auch immer. Und da hatten wir uns halt drüber unterhalten und da habe ich auch gesagt, also die Mutterrolle ist so groß und das ist, glaube ich, voll schwierig, auf seine eigene Art und Weise, abseits irgendwie von dieser Frauenrolle und auch von der Mutterrolle zugeschriebenen Eigenschaften, dann auch, also auf eine andere Art und Weise gesehen zu werden als Mutter oder Elternteil, der von Menschen weiblich kategorisiert wird, in vielen Fällen. Abgesehen davon, dass es halt keine nicht-binäre Elternrolle gibt bislang oder keine Gefestigte. Ich fand das schön, dass eine Person hat gesagt, sag einfach das Älte. Ja, das ist wirklich schön, das stimmt. Da würde ich sagen, machen wir mal ein neues Thema auf und zwar haben wir uns so ein paar Stichpunkte zum Punkt Lukismus und Ageismus angeschaut und ja, da geht es zum Beispiel darum, dass Frauen im Alter sich halt nicht öffentlich zeigen sollen und wenn sie sich zeigen, dann sollen sie sich doch bitte jünger geben, gepflegt sein und solche Sachen. Ja, das ist ja auch irgendwo der Punkt, dass bei Frauen so irgendwie etwas Beschämendes ist oder als beschämend angesehen wird gesellschaftlich, wenn irgendwie Zeichen des Alters zu sehen sind oder so. Das ist für mich halt immer so, also ich weiß gar nicht, woher das kommt, das ist jetzt nur eine Theorie, aber für mich wirkt das immer ein bisschen so, als wären Frauen dann auch nicht mehr begehrenswert. So ist so ein Wort, das da so eine Rolle spielt. Also vielleicht auch für Männer nicht mehr begehrenswert in so einem cis-heteropatriarchalen System und dementsprechend kriegt man ja immer wieder mit, dass es so darum geht, Alter auch zu verstecken, was halt irgendwie auch, also ich finde das sehr weird, weil ja, ich meine, ich sehe das halt einfach nicht, warum sich eine Person so, also warum eine Person sich verstecken sollte oder ihr Alter verstecken sollte oder so und irgendwie gibt es für, ich sage mal so unter Anführungszeichen alte Frauen gesellschaftlich keine Rolle, sage ich mal, außer so sich so um Enkelkinder zu kümmern, so ein bisschen vielleicht. Das ist, also ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen noch so die, die alte Ehefrau gibt es halt auch noch so ein bisschen und dann gibt es irgendwie dieses negativ konnotierte Bild von der Katzenlady der alten, der alte Spinster, das ja dann wieder nicht so positiv gesehen wird. Ja, irgendwie finden ältere Frauen fast nicht so richtig in der Gesellschaft statt, also jedenfalls nicht so öffentlich oder eben müssen sich irgendwie, also es ist natürlich auch, man darf das natürlich auch, es soll keine Kritik in dem Sinne sein, aber irgendwie wirkt es so, als ob es halt den Druck gibt, sich jünger zu geben. Da fällt mir ein Beispiel ein, ich bin ich das, ich muss mal gucken, ob ich das finde, dann verlinke ich es hinterher auch noch in den Shownotes, gab da so eine Geschichte, ich glaube, während Corona, das war in Kanada, von einer Moderatorin, die irgendwann keine Lust mehr hatte, während des Lockdowns sich die Haare zu färben und dann mit ihrer natürlichen Haarfarbe, die inzwischen grau war, aufgetreten ist und dadurch ihren Job verloren hat, weil das nicht gewünscht war und sie sich gefälligst die Haare zu färben hat und da sie das nicht mehr wollte, hat sie ihren Job verloren. Was schon sehr krass ist irgendwie, also, ja, aber ich meine, das ist ja ein Ding, ich glaube, alte Personen trifft das nochmal anders, eben wegen dem Alter und wegen der Abwertung von Alter auch irgendwie und dieser Einordnung als alt ist nicht mehr begehrenswert, unter Anführungszeichen, aber es trifft ja auch junge Frauen oder weiblich gelesene Personen, weil erwartet wird, dass sie hübsch und gepflegt sind, dass sie sich zurecht machen, feine Kleidung tragen, sich schminken, auch eigentlich auch weibliche, also weiblich konnotierte Kleidung tragen. Ich weiß nicht, was bei mir manchmal für ein Drama ist für manche Leute, dass ich das nicht tue, I don't know, I don't understand, aber scheinbar kommt es manchmal vor, dass sich dann Leute daran stören. Von einer befreundeten Person habe ich neulich auch gehört, dass ihr gesagt wurde, also die studiert Lehramt und hat Unterrichtspraktika gemacht und dann wurde ihr von einer Person gesagt, also ältere Person auch schon, bisschen, was jetzt nicht heißt, dass alle älteren Personen so denken, ganz bestimmt nicht, aber in dem Fall war die Person halt älter, die ihr gesagt hat, sie soll doch bitte, wenn sie sich vor die Klasse stellt, sich keinen Pulli und Langarmshirt oder sowas anziehen, sondern ein Kleid oder ein Rock, weil sonst wird sie nicht ernst genommen oder so ähnlich. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen korrekt wiedergegeben, aber so in die Richtung ging das und das finde ich schon sehr, sehr krass, weil du dann quasi als, ich meine, gut, es ist schon viel mehr erlaubt, sage ich mal, als weiblich gelesene Person Kleidung zu tragen, die ursprünglich mal eher männlich konnotiert war, im Gegensatz dazu, dass es immer noch sehr, sehr weitgehend verpönt ist, wenn männlich eingeordnete, kategorisierte Personen Kleider tragen oder Röcke, beziehungsweise die Art von Kleidern und Röcken, die allgemein gesellschaftlich noch weiblich konnotiert sind, aber trotzdem gibt es scheinbar immer noch diese Vorstellung, so hat ein Mann zu sein, so hat eine Frau zu sein, um gesellschaftlich in einer Funktion ernst genommen zu werden und die Frauen müssen dann auch einem bestimmten Schönheitsideal offensichtlich entsprechen. Ja, was mir da zum Beispiel einfällt, vielleicht auch, weil es mich selber betrifft, als weiblich gelesene Person, das betrifft auch männlich gelesene Person, aber ich habe das Gefühl, weiblich gesehene Person noch mal mehr, ist dieses Schlanksein und dieser Körpernorm zu entsprechen. Ich selber bin dick, es ist so und es fällt mir immer noch schwer, das anzunehmen und zu sagen, weil mir die Gesellschaft eigentlich wirklich immer den Spiegel vorhält und sagt, ich bin nicht richtig und ich darf so nicht sein und ja, weil ich halt auch, selbst wenn ich, also in der Zeit, wo ich für meine Verhältnisse schlank war, habe ich immer noch breite Schultern, ziemlich breite Schultern, was offensichtlich für weiblich gelesene Person nicht vorgesehen ist, was ich jedes Mal in einer Jackenabteilung merke, dass ich normale Jacken nicht anziehen kann und ja, meine Figur halt nicht dem Wunsch der Allgemeinheit entspricht, dass das auch nochmal so ein Riesenproblem ist. Aber wie gesagt, männlich gelesene Personen, die nicht schlank sind, haben auch Probleme. Ja, beziehungsweise gibt es ja auch für männliche Personen, beziehungsweise männlich einkategorisierte Personen bestimmte Schönheitsideale, von wegen auch durchtrainiert und muskulös und groß und breitere Schultern und so. Also es ist ja nicht so, als wird es für Männer keine, also gibt es für Männer keine stereotypische Schönheitsideale, aber ich glaube auch für Frauen ist vielleicht nochmal anders, also auf eine andere Art und Weise, es sind auch andere Ideale und es hat irgendwie so mehr, es ist so ein Druck, der oft auf Menschen besteht. Ich habe da selber jetzt eigentlich wenig Erfahrung, weil das irgendwie so ein Thema war, das sehr an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube auch, weil ich mit diesen Geschlechterrollen schon immer so ein Ding hatte, dass damit kann ich nicht, das passt nicht, das bin nicht ich und so in vielen Fällen und auch weiblich bin ich eigentlich auch nicht dann irgendwie, aber gleichzeitig ist es halt schon, was ich mitgekriegt habe oder mitkriege, so über die Zeit, viele Menschen schon Druck und auch ich meine, wenn die ganze Welt irgendwie eine Meinung hat darüber, wie du auszusehen hast und was dann irgendwie auch von anderen Frauen oder anderen weiblich gelesenen Personen ausgeht, die das dann auch kommentieren oder was auch immer, das finde ich schon manchmal krass. Also ich meine, ich hatte das erst vor einiger Zeit auf der Arbeit, dass eine Kollegin von mir mir gegenüber quasi die Kleidung einer anderen Person beziehungsweise von zwei anderen Personen kommentiert hat, weil ihrer Meinung nach der Rock zu kurz war. Und ich war so, why do you care? Warum sollte ich mich dafür interessieren, was die für einen Rock trägt? Aber sie war der Meinung, sie wäre, die wäre ja fast nackt damit. Sie war nicht nackt. Sie hatte eindeutig was an. Nora, wie siehst du denn das? Also Schönheitsideale, was macht das so oder wo begegnet es dem Alltag oder was macht das so mit dir vielleicht? Also bei mir ist es oft so, weil ich schmink mich halt nicht und also Leute lesen mich auch weiblich und ich identifiziere mich auch als weiblich. Und schon früher, als ich so zwölf, dreizehn war und ich mich nicht geschminkt habe und ich auch so meinte, nee, ich brauche keine Schminke, ich habe dazu keine Lust zu, kam oft so diese Antwort, ja, das kommt noch. Und jetzt bin ich halt neunzehn und ich mag es immer noch nicht. Und das fand ich dann auch immer so krass, weil warum fragst du mich, also warum forderst du von mir jetzt, dass ich mich schminke? Würdest du das auch von anderen Leuten so fordern, die du jetzt nicht als weiblich ließ? Oh wow, ja, voll. Ich denke mir halt auch, ich glaube auch einer der Gründe, warum ich nie angefangen habe, also ich habe einmal versucht, mich zu schminken, beziehungsweise irgendwann habe ich dann versucht, so ein bisschen weiblich zu sein und habe meiner Mama gesagt, kauf mir mal ein paar Sachen und dann haben wir es halt ausprobiert und dann habe ich es wieder nicht, hat es mir doch nicht, also es war halt nicht meines und ich habe damit nichts anfangen können. Aber bei mir war das, glaube ich, auch so zum Teil auch so ein Ding, es war mir einfach immer viel zu anstrengend. Das ist auch bei mir der Punkt. Das kostet ewig viel Zeit. Ja, bei mir ist es auch einfach, ich habe das Talent dazu gar nicht, also ich bin da voll überfordert. Ich glaube, das kann man natürlich wie alles üben, aber will ich Zeit investieren, um das zu üben? Es dauert halt ewig und will ich das am Morgen dann machen? Genau, nicht nur die Zeit, auch das Geld. Ich habe es eine Zeit lang gemacht, auch eher aus Druck von außen, weil es haben alle gemacht und irgendwie wollte ich irgendwie dazugehören, deswegen habe ich es eine Zeit lang gemacht, aber ich habe es nie lange durchgehalten. Also ein paar Wochen, dann hatte ich keinen Bock mehr, es wurde immer weniger, was ich gemacht habe, weil sie sich jeden Morgen da hinstellen, da eine zehn Minuten bis halbe Stunde an sich rumwerkeln. Wofür eigentlich? Mich interessiert es nicht, wie ich aussehe, solange ich jetzt nicht einen fetten Senffleck im Gesicht habe. Darauf würde ich gerne hingewiesen werden, dass ich ihn wegmachen kann. Aber ansonsten interessiert mich das nicht. Aber ja, ich habe es eine Zeit lang gemacht und wie gesagt, das kostet ja auch alles. Da musst du noch den richtigen Hautton finden und alles. Und ich bin ja, ich sage mal so zwei Schattierungen von einer Kalkwand entfernt. Ich habe da auch irgendwie meistens dann mich vergriffen und hatte dann so dunkles Make-up und ach Gott, nee, nein, nie wieder, keine Lust. Nee. Nee, und wegen dem, was du gerade erzählt hast, Nora, ich hatte das auch mal, dass ich mit einer Person, ich weiß gar nicht, wie das Gespräch angefangen hat, aber sie hat sich halt geschminkt und dürfte sich Augenringe abgedeckt haben. Und ich war erst, also da war ich irgendwo in meinem Teenager-Alter, also irgendwie, was weiß ich, 17 oder 16, vielleicht, nee, 18 war ich noch nicht, aber 17 oder 16. Und dann habe ich sie, habe ich halt gefragt, warum sie das macht, also weiß nicht, also weiß auch nicht mehr, warum. Und dann sind wir irgendwie ins Reden gekommen und dann meinte sie auch, also beziehungsweise ich war dann irgendwie so, so nee, ich weiß nicht, ob ich das, also ob ich da, ob ich da den Sinn dahinter sehe, so. Und dann meinte sie ja auch, ja, in ein paar Jahren werde ich das schon sehen, werde ich das sehen. Und dann meinte sie, ja, reden wir in zehn Jahren weiter. Und ich meine, ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu der Person momentan und ich glaube eigentlich nicht, dass wir wieder Kontakt haben werden, außer es passiert zufällig irgendwas. Aber die zehn Jahre sind halt inzwischen um und ich sehe es immer noch nicht. I am sorry. Öffentlich über Podcast gesagt, sie erinnert sich sicher auch nicht mehr dran, glaube ich, aber. Dann haben wir uns noch notiert, dass so ein bisschen Schönheitsideale für Frauen so zum Teil ja fast dem Körper eines präpubertären Mädchens entsprechen, so ein bisschen, was ja auch irgendwie krass ist, sage ich mal. Und dann, wenn wir zu den, generell zur Rolle von unter Anführungszeichen Mädchen, beziehungsweise eben als Mädchen kategorisierten Menschen kommen, also zur gesellschaftlichen Mädchenrolle, sage ich mal. Dann haben wir ja auch so, ja, Mädchen sollen süß sein, sie sollen brav sein, so ein bisschen naiv. Sie sollen, sie sollen schlau sein, aber nicht zu schlau. Und auch schön, aber nicht zu schön, weil dann werden sie wieder geslutschamed, weil sie irgendwie Aufmerksamkeit wollen von Jungs und wahrscheinlich dann auch mit denen im Bett sind, I guess, ist da irgendwie der Gedanke. Das ist auch ein ziemlich seltsamer Gedankensprung, wenn ihr mich fragt, weil wie eine Person sich kleidet, hat jetzt nicht zwangsläufig was damit zu tun, mit wem sie schläft oder wie oft sie mit jemandem schläft oder mit wie vielen Menschen, wobei natürlich, um das mal ganz klar zu sagen, auch überhaupt nichts dagegen spricht, wenn eine Frau viele Sexualpartner-Menschen hat, sage ich mal. Also gar nichts. Ja, und dieses Mädchen sollen schon schön sein ist ja auch schon, du sollst schon als Mädchen so irgendwie diese Rolle erfüllen, aber eben auch nicht wieder zu sehr. Und auch dieses brav fällt mir gerade noch auf, ist ja auch im Gegensatz zu so, Jungs dürfen irgendwie wild sein, aktiv sein, schlimm sein unter Anführungszeichen, zumindest in einem gewissen Rahmen, weil gesagt wird, ja, so sind Jungs halt und Mädchen sollen irgendwie brav sein. Und da ist irgendwie, also wenn ich was falsch verstehe, dann sagt mir das, aber so wie ich das diese Rolle verstehe, ist in der Rolle halt irgendwie kein Platz für Entfaltung einer eigenen Persönlichkeit. Und auch kein Platz für diese Abgrenzung dann irgendwie von erwachsenen Menschen, den Eltern oder eben von, ja, keine Ahnung, so quasi als würde dann irgend würde sie halt brav bleiben, bis sie eine Frau wird und dann in so einem ganz konservativen Bild übernimmt der Mann sie dann und führt sie ins Frausein ein und dann ist sie halt ihm gegenüber brav oder keine Ahnung. Ich glaube, es gibt Gesellschaften auf der Welt, wo das quasi tatsächlich so ist, leider. Ja, ich weiß auch, dass es Umfelder gibt, wo das mehr oder weniger, also mal mehr, mal weniger so ist, kommt wahrscheinlich auch auf die jeweilige Gesellschaft, die jeweilige Gruppe und so an, die jeweilige Kultur auch, aber jetzt gar nicht, also ich würde jetzt auch gar nicht sagen Orte auf der Welt, sondern einfach auch, es gibt halt einfach Umfelder, in denen relativ konservative Rollenbilder noch gang und gäbe sind, so. In manchen mehr, in manchen weniger, aber es ist ja nicht so, als hätte das irgendwann mal wer vom Tisch gewischt und dann ist es überall gleichermaßen weg und auch wenn wir uns die, ich sag mal, breitere Allgemeingesellschaft in Österreich und Deutschland anschauen vielleicht, ist es zwar nicht mehr so extrem, aber ich glaube, dass diese Bilder schon auch Nachwirkungen haben und allein so diese Vorstellung, dass Mädchen ja süß, brav und ja schön, aber nicht zu schön sein sollen, das sind ja auch, also das ist für mich so ein Schatten von diesem Bild schon. Hm. Dann würde ich sagen, machen wir mal mit einem neuen Thema weiter und zwar das Thema Asexualität und Weiblichkeit und da hatten wir ja im Prinzip am Anfang schon erwähnt, dass die Rolle von Sexualität bei Weiblichkeitsbildern es eben ist, dass es normal ist, dass Frauen keinen oder weniger Sex wollen, gleichzeitig sollen sie für männliche Sexualität verfügbar sein, also penetrierbar sein und ja, in diese Richtung. Genau und dementsprechend scheint Asexualität beziehungsweise eine Identität auf dem asexuellen Spektrum diesem Bild, dass gesellschaftlich für Frauen beziehungsweise für Personen, die in diese Boxfrau gesteckt werden, ob freiwillig oder unfreiwillig, erst einmal kein Problem zu sein, zumindest auf den ersten Blick. Also es wird quasi schon Asexualität oft als Label für Frauen angesehen, die entweder kein Interesse an Sex haben oder aber sexuell unerfahren sind, wird dann allerdings auch benutzt, um Personen wieder eine Identität auf dem Ace-Spektrum abzusprechen. Also ich bin ja Grey Ace und ich habe auch schon gehört, es wäre ja normal, weil Frauen ja erst mal, also es wird dann auch noch besser, weil erstens werde ich misgendert, zweitens wird mir dann irgendwie Romantik zugeschrieben und mir wird gesagt, ja es wäre ja normal, dass Frauen erst mal eine romantische Bindung bräuchten und ich bin dann so, nö danke Romantik, Sex ist okay, aber ich bin halt trotzdem auf dem Ace-Spektrum und Grey Ace, sorry, aber lass mir mal die Romantik. Ne, wird jedenfalls dann auch gesagt, das ist normal oft. Oder was auch passiert, von anderer Seite, was ja auch ein bisschen widersprüchlich ist, ist, dass dann Asexualität aber gleichzeitig von anderen Menschen als Folge internalisierter Misogonie angesehen wird. Dass quasi gesagt hat, ja du bist asexuell, weil du dir selber irgendwie aufgrund von internalisierter Misogonie deine Sexualität quasi unterdrückst oder absprichst oder whatever. Also eigentlich sind das einfach nur unterschiedliche Mechanismen, um zu sagen, du bist eigentlich gar nicht asexuell oder auf dem Ace-Spektrum. Ich will es nur kurz erwähnen, weil ich nicht weiß, ob alle was mit dem Begriff anfangen können, internalisierte, Misogonie meint, verinnerlichte Frauenhass, kann man das so übersetzen? Ja, genau. Und da merken wir glaube ich schon, dass asexuell zu sein für Männer und Frauen, beziehungsweise für Personen, die als Männer eingeordnet werden und Personen, die als Frauen gelesen werden, einfach unterschiedlich ist. Also während für Frauen quasi Asexualität erstmal als normal und deswegen nicht erwähnenswert gilt in vielen Fällen, also jetzt auch nicht immer hatten wir ja gerade, ist es das für Männer gar nicht, weil Männern erst einmal beziehungsweise männlich gelesen Personen dann auch einfach eine aktive Sexualität zugeschrieben wird und diese Asexualität dann wieder als unmännlich gilt. Was Quatsch ist, aber... Ja, also im Prinzip ist Asexualität für Frauen so lange akzeptabel, bis sie für einen Mann verfügbar sein sollen. Dann aber bitte ohne Übung und Vorerfahrung von 0 auf 100 und nach dem heterosexuellen Penetrationsskript gleich loslegen. Ja, ich habe das auch erlebt. Ja, das ist eine Notiz, die ich aufgeschrieben habe, glaube ich so. Heterosexuelles Penetrationsskript. Ja, weil in dem Moment, das trifft sich dann auch wieder mit diesen Bildern, also im Extremfall wieder, ja, sie ist jetzt verheiratet direkt, ist jetzt heutzutage in großen Teilen unserer Gesellschaft nicht mehr so, dass die erste Partnerperson dann auch die Partnerperson fürs Leben sein soll, unter Anführungszeichen. Aber ein Stück weit ist es halt trotzdem noch da. Ja, also die Frau soll halt eigentlich eh nicht sexuell sein, bis sie quasi in einer monogamen Beziehung ist, unter Anführungszeichen. Was natürlich Quatsch ist, aber ja. Ja, genau. Und wir haben da sogar noch stehen, wir haben noch einen Unterpunkt aufgeschrieben im Skript, das hat ihr dann auch gefälligst auch Spaß zu machen. Weil wenn sie dann doch Sex hat und auch wenn sie keine Erfahrung hat, was absolut weird ist, weil sie vielleicht auch noch nicht mal weiß, was ihr gefallen würde. Aber sie soll dann eben Spaß haben, genau an dieser einen Art von Sex, I guess, oder an dem, was auch immer, in dem Bild dann eher halt macht. Was dann als tatsächlich asexueller Person auch schwierig ist und ich habe es selber erlebt, also der Mensch war völlig in Ordnung, darf man jetzt gar nicht meckern. Wir wussten beide nicht, ich wusste auch nicht, dass ich asexuell bin, ich wusste nicht, dass es das gibt. Also ich war auch bereit, das auszuprobieren, ich wollte das auch ausprobieren. Aber ich hatte halt auch das Problem, es hat mir dann halt keinen Spaß gemacht und ich wollte drüber reden und dann kam ein, du liebst mich nicht, zurück. Und das ist halt nicht schön, weil das war nicht der Fall. Ich konnte nur einfach mit Sex nichts anfangen. Mit der Person schon, aber nicht mit Sex. Und das ist dann halt ungünstig. Und ja, ich weiß nicht, ob ich da die einzige Person bin, wo die Asexualität da dann so rein crasht, ohne es zu wissen. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich das schon von verschiedener Seite gelesen und gehört habe von Leuten. Also allein bist du damit sicher nicht. Und gerade wenn du, also mich betrifft das in der Form halt jetzt nicht, aber wenn eine Person, die asexuell ist, ohne Vorwarnung in eine Beziehung mit einer allosexuellen Person kommt und niemand von euch je von Asexualität gehört hat und dir ständig erzählt wird, wie toll Sex ist mit dem richtigen Partner und keine Ahnung was oder wenn du es richtig machst oder lang genug übst oder was auch immer, dann ist auch nicht klar, aber sehr verständlich, dass das da dann irgendwie auch mal crasht mit diesen Vorstellungen. Und ich meine in deinem Fall dann auch mit seinen Vorstellungen. Ja, es ist auch mit meinen gequetscht, weil ich ging ja auch davon aus, das wird mir dann schon Spaß machen. Aber war halt nicht so. Wir haben uns noch notiert an der Stelle, dass jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber dass lesbisch zu sein scheinbar akzeptierter ist als schwul zu sein, gesellschaftlich gesehen, weil lesbisch sein auch so eine Männerfantasie sein kann. Also so nach dem Motto, mit dem richtigen Mann könnte sie jetzt heterosexuell werden oder noch unter Anführungszeichen Kraft des Penis bekehrt werden oder mit dem richtigen Sex und dasselbe gilt halt auch so ein bisschen für Asexualität, weil es da auch so die Vorstellung gibt, dass die Richtigen, also kriegen ja öfters auch Menschen mit oder gesagt, dass ja, du hast halt noch nicht mit mir geschlafen oder du hast noch nicht den Richtigen gefunden oder du hattest halt noch nicht richtig guten Sex oder was ich auch öfters gefragt werde, wenn ich darüber rede, dass ich Grey Ace bin, ist dann dieses Tolle, hattest du schon einmal einen Orgasmus? Und ich denke mir so, ja, entweder antworte ich jetzt und du bist total verwirrt, aber eigentlich will ich nicht antworten müssen, weil eigentlich ist meine Identität absolut valide, auch wenn ich, oder wäre meine Identität auch absolut valide, wenn ich keinen Orgasmus hätte und eigentlich, oder gehabt hätte und eigentlich will ich dir jetzt mal erklären, warum das absolut eine unangebrachte und seltsame und nichts zur Sache tuende Frage ist und dir zehn Dinge darüber erzählen. Ich glaube, das Thema Orgasmus wäre auch schon wieder eine eigene Folge wert, weil du brauchst ja auch keine andere Person dazu, um einen zu haben und Sex ist auch nicht unbedingt schlecht, nur weil du keinen hast. Allerdings, allerdings, ja, das ist wie die Frage nach dem Ziel von Intimität und Sex und als bräuchte das ein Ziel, so. Ich meine, ist natürlich schön, aber wenn man das möchte, aber you know, also sehr schön sogar. Es gibt ja dann noch genügend Vorurteile gegenüber asexuellen Frauen oder weiblich gelesenen Personen, die dann mal angebracht werden, wenn eine Person denn das Label oder ein Label auf dem Ace-Spektrum verwendet, zum Beispiel eben, wie ich gerade gesagt habe, schon, dass noch nicht der richtige Mann gefunden wurde oder noch nicht die Frau noch nicht gefunden wurde vom richtigen Mann, unter Anführungszeichen, um es noch passiver auszudrücken. Dann gibt es dieses playing hard to get, also sich so rar machen, nicht verfügbar machen, also wo ja eigentlich das Vorurteil ist, ja, du tust da jetzt nur so, damit du, ja, damit du vielleicht nochmal attraktiver bist, weil du noch nicht mit eingeschlafen hast, unter Anführungszeichen, was auch, Entschuldigung, aber es ist einfach, ich habe kein gutes Wort dafür, das nicht ableistisch ist gerade, aber furchtbar, es ist furchtbar, vielleicht. Ich glaube, das geht, ja. Auch ein Punkt ist, dass dann eben unterstellt werden kann, dass man zum Beispiel vielleicht, also, dass Asexualität irgendwie so gar nicht angesehen wird, dann eher noch gesagt, naja, vielleicht bist du ja lesbisch, dass du einfach nur nicht auf männlich gelesene Personen stehst oder auch ein wunderschön, vielleicht bist du auch einfach zu unattraktiv und benutzt Asexualität als Ausrede. Total. Es geht gerade so um das Thema, dass Frauen beziehungsweise weiblich gelesene Personen, die keinen Partner haben oder auch vielleicht auch, ich sage mal unter Anführungszeichen hohe Standards haben, das klingt auch wieder so abwertend, weil das ja auch manchmal als Vorwurf kommt, was irgendwie auch, was soll das eigentlich, einer Person vorzuwerfen, dass sie irgendwie nicht die nächste Person datet, die ums Eck kommt oder mit der er ins Bett geht, whatever, dass da dann gesagt wird, ja, du zierst dich nur oder you're playing hard to get, also du machst dich rar, damit du noch attraktiver wirst. Also und der potenzielle Partner unter Anführungszeichen jetzt nicht glaubt, dass du schon, dass du total verfügbar bist oder so, was ja auch wieder mit Slutshaming so übereinstimmt oder in eine Kerbe schlägt, sage ich mal. Und da finde ich so bei diesem Thema Brüder und auch beim Thema playing hard to get so ein bisschen, finde ich, das ist eigentlich auch ein Thema, das nicht nur asexuelle Personen oder Personen auf dem Ace-Spektrum betrifft. Ich meine, wer sagt denn, dass allosexuelle Personen ständig, also, weißt du, wer setzt denn den Standard, was eine angemessene sexuelle Aktivität für eine allosexuelle oder grey ace oder ace Person ist? Das gibt's ja so eigentlich nicht und ich finde einfach, wenn eine Person nicht in einer monogamen, monoromantischen, monosexuellen Beziehung ist, ob die jetzt ace ist oder nicht, dieses playing hard to get ist ja auch ein Vorwurf, der öfters an Frauen gemacht wird, oder? Also, beziehungsweise an Personen, die weiblich gelesen werden und einfach keinen Partner haben teilweise oder vielleicht gerade keinen Partner wollen oder was auch immer. Ich weiß nicht, Nora, hast du da vielleicht was mitbekommen? Also, dieses playing hard to get habe ich persönlich jetzt noch nicht mitbekommen, aber ich persönlich, ich hatte noch keine Beziehung so und ich wurde dann auch so gefragt, so, ja, bist du dann lesbisch oder willst du überhaupt einen Partner haben? Wo ich mir so denke, so, es ist schön, dass du so interessiert bist an meinem Leben, aber irgendwie ist es halt auch sehr persönlich. Verstehe, das ist schon auch irgendwie, also, dass Menschen dann glauben, dass sie sich in das Leben einmischen können, so quasi. Ja. Richtig weird. Ja, jetzt wieder vielleicht mehr auf Asexualität oder auf Personen auf dem asexuellen Spektrum bezogen gibt es ja auch dieses, ja, du bist vielleicht traumatisiert oder hast du ein sexuelles Trauma erlebt oder generell ein Trauma vielleicht so. Oder eben, wie wir auch schon hatten, das kommt doch noch. Ach ja. Warte doch noch ein paar Jahre. Late Bloomer so, nach dem Motto. Spätzünder kenne ich. Mir wurde auch öfter gesagt, du bist halt ein Spätzünder. Ach man. Ich würde sagen, ich bin eine Fehlzündung. Entschuldigung. Aber ich bin gerne eine Fehlzündung. Das ist halt diese Frage, wie lang muss ich warten, um zu wissen, dass ich auf dem asexuellen Spektrum bin oder auch auf dem aromantischen, ist ja in dem Fall dieselbe Frage oder nur halt auf einer anderen Ebene. Oder ja, was ich vorher schon gesagt habe, dieses tolle Vorurteil oder die tolle Erklärung, dass nicht genügend romantische emotionale Bindung zu der Partnerperson da wäre. Weil Frauen ja, oder weiblich gelesene Personen oder als Frauen angesehene Personen ja unbedingt Romantik bräuchten, um Sex zu haben. Ja. Ich habe zwar romantische Anziehung, aber Sex möchte ich trotzdem nicht. Verständlich. Aber ich kann das andere bezeugen, es geht wunderbar ohne romantische Anziehung und romantische Bindung. Es funktioniert. Der Körper sagt nicht nein. Also jetzt nichts dagegen, dass manche oder das weiß nicht wie viele, dass andere Personen das gerne brauchen oder sagen, sie möchten eine romantische Bindung oder es ist für sie notwendig oder was auch immer. Aber es geht wunderbar ohne. Für genügend andere Menschen. Vielleicht wollen wir dann einfach zum nächsten Thema überleiten, wenn wir sowieso schon mal da sind. Wie sieht es denn mit Weiblichkeit und Aromantik aus? Ja, es gibt halt schon so diese Vorannahme, Frauen könnten ja nicht aromantisch sein, weil wie wir vorher schon besprochen haben, diese Zuschreibung existiert als gefühlvoll und romantisch und das wird dann halt auch gleich, weil ja in diesem binären System kein Platz ist für nicht-binäre Personen, wird das ja auch gleich auf alle weiblich gelesenen Personen übertragen, die dann ja alle Frauen sein müssten. Und ja, dann gibt es so ein bisschen dieses Thema, dass für Frauen immer noch ein Stück weit ein höheres Ansehen da ist, beziehungsweise die Rollenbilder sind einfach an die Existenz einer Partnerinnenschaft geknüpft, an sich auch an eine heterosexuelle Partnerinnenschaft. Es lockert sich langsam so ein bisschen, aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns und dann quasi auch diese Annahme besteht, dass Frauen alle eine romantische beziehungsweise auch eine monoromantische Partnerinnenschaft haben wollen. Und dass das quasi ein Lebensziel wäre, das vor allem Frauen oder eben weiblich kategorisierte Personen in dem System glücklich macht. Also so quasi Partnerinnenschaft und Familie und Kinder und das gehört dann quasi für Frauen zu einem unter Anführungszeichen gelungenen Leben. Was jetzt nicht heißt, dass das für Männer überhaupt nicht so ist, weil auch männliche Rollenbilder an Vaterschaft geknüpft sind ein Stück weit und daran, dass sie sich quasi eine Partnerin sichern können oder mehrere Sexualpartnerinnen, je nachdem. Aber für Frauen ist es nochmal mehr so ein Ding, ja Frauen sollen das auch wollen oder die Annahme und Erwartung Frauen würden das oder alles, was als Frau wahrgenommen wird oder einkategorisiert wird, müsste das jetzt auch wollen und ohne das im Leben ist das Leben dann nicht gelungen. Was ich ziemlich quatschhaft finde, aber okay. Generell wird diese Vorstellung, diese Krononormativität und Heterotemporalität so der Gedanke, dass es bestimmte Meilensteine in einem Leben gibt, von denen eben erste Verliebtheit, Partner, erster Kuss, der Partner fürs Leben, Heirat, Familiengründung einfach so Meilensteine sind, die werden eventuell von Aromantik und auch Asexualität unterbrochen. Also natürlich gibt es asexuelle und oder aromantische Personen, die trotzdem Leben haben, also die in romantischen Beziehungen sind, die vielleicht auch in sexuellen Beziehungen sind, die dann in monogamen romantisch-sexuellen Beziehungen sind und auch einen Kinderwunsch haben und Familie gründen, deren Leben dann eher diesen chrononormativen und heterotemporalen Vorstellungen entspricht. Aber für viele Personen auf dem A-Spec, auf dem aromantischen Spektrum und eben auch auf dem asexuellen Spektrum ist es schon so, dass eben diese Vorstellung von diesem Lebenslauf gebrochen wird dadurch. Sei es durch keine romantische Beziehung wollen, sei es durch keine sexuelle Beziehung wollen, sei es durch keine monoromantische sexuelle Beziehung wollen, wie auch immer, keine Kinder wollen. Was auch immer da der Punkt ist, das kann dadurch einfach gebrochen werden und damit können viele Meilensteine auf die Art werden für viele A-Spec-Personen schon nicht mehr erfüllbar oder wollen sie auch nicht erfüllen dann oft. Aber andere Meilensteine werden in der Gesellschaft oder werden gesellschaftlich oft nicht so auf dieselbe Art und Weise bewertet oder als Erfolg angesehen. Ja und dann füge ich noch hinzu, dass Personen, die weiblich performen, also die Weiblichkeit performen und auf dem Aerospec sind oder auch vielleicht auch gar nicht performen, sondern eben einfach so eingeordnet werden oder Weiblichkeit auch übergestülpt kriegen, eben als unnatürlich dann auch wahrgenommen werden. Eben weil gesagt wird, ja eigentlich sind Frauen nicht so. Oder was auch passieren kann, ist, dass Weiblichkeit abgesprochen wird. Habe ich neulich mal von wem gehört, habe ich leider so noch nicht erlebt. Also sorry, ich weiß, dass es für weibliche Personen, Aerospec-Personen nicht so cool ist. Ich bin halt nicht weiblich und ich fände es halt angenehmer, weniger weiblich wahrgenommen zu werden in manchen Fällen, vor allem wenn ich gerade nicht die Kraft habe, mich da wahnsinnig drum zu bemühen. Ja, aber für viele weibliche Personen kann das auch ein Problem werden, dass quasi dann Weiblichkeit abgesprochen wird, wie wir vorher hatten, wenn bestimmte Punkte nicht erfüllt werden oder vielleicht zu viele Punkte auch nicht oder einfach ein ganz bestimmter Punkt nicht in dem Fall, dann kann es einfach sein, dass es so gesehen wird, als hätte die Person im Weiblichsein oder in Weiblichkeit performen versagt. Und das sollte ja auch nicht sein, weil eine Person kann welches Geschlecht auch immer haben, ob binär oder nicht binär, weiblich, männlich, was auch immer oder auch ein Nichtgeschlecht und kann trotzdem jegliche romantische Orientierung haben, auf dem Aerospec oder Allo-Romantisch. Ja, das war mal der Part. Soll ich noch weitermachen? Von mir aus würde ich sagen, als nächstes hätten wir das Thema Allo-Aro. Das fügt sich ja nahtlos mit an. Das gehört da eigentlich eh dazu. Aber das wollte ich nochmal extra ansprechen. Wir hatten es gerade, es besteht die Annahme, dass Frauen nicht aromantisch sein könnten oder alles, was weiblich wahrgenommen wird, kann nicht aromantisch sein. Und wenn eine Person das dann doch ist, dann wird oft gesagt, ja, die ist jetzt kalt und gefühllos. Genauso übrigens, Klammer auf, wenn eine Frau oder weiblich gelesene Person keine Kinder bekommen will, dann wird auch oft, du bist zu kalt gesagt oder so, oder so empathielos. Ein Gedankensprung, der sich mir bis heute nicht ergibt, der ist genauso sinnlos bei Aromantik beziehungsweise sinnfrei ist eigentlich das richtige Wort. Und ja, der Wunsch nach Sexualität ohne Romantik wird aber oft als etwas Männliches angesehen. Und wenn Frauen Sex haben, ohne eine romantische Beziehung einzugehen, und wir hatten ja auch schon vorher, wenn Frauen vielleicht viel Sex haben oder sehr viel Sex wollen oder mit vielen verschiedenen SexualpartnerInnen Sex haben, dann wird das oft geschämt oder abgewertet. Stichwort Slutshaming. Und gleichzeitig wird das als etwas sehr Männliches gesehen und eben auch dieses Fehlen von Romantik als etwas Männliches gesehen mit dieser aktiven Sexualität. Es ist also ein sehr männlich konnotiertes Bild und bei Frauen kommt dann quasi dieses Narrativ von wegen, ja, der Wert wird gemindert. Also das ist so ein ganz seltsames Bild von Sexualität als Währung, als wäre Sexualität eine begrenzte Ressource, die weniger wird, wenn sie jemand verwendet. Again, absolut sinnfrei. Noah, du willst was sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, da fällt mir nämlich der Begriff, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Bodycount ein. Bei männlich gelesenden Personen ist ein höherer Wert sogar recht angesehen und bei weiblich gelesenden Personen sollte dieser Bodycount möglichst gering sein. Das ist quasi die Währung, Bodycount. Ja, ich finde das, also es ist halt so absurd, weil Sexualität ist ja nicht, also wenn eine Person das sexueller wird oder ist, wird ja Sex im Ganzen, Sexualität nicht weniger wert oder wird sie auch nicht weniger wert. Das ist, ja, sehr, sehr seltsam, meiner Meinung nach. Verstehe ich sowieso das ganze Problem nicht, weil jeder sollte so viel Sex oder so wenig oder gar keinen Sex haben, wie er sie x möchte. Absolut. Und dann gibt es noch diesen Gedanken, also es wird dann oft auch so gesehen, dass Sexualität ohne Romantik, dass das egoistisch wäre, selbstsüchtig oder schlecht, kommt jetzt auch darauf an, wo eine Person sich bewegt, aber ich habe es auch schon gehört und ich habe auch schon so Sachen gehört, ja, wie dann hast du nie Liebe erfahren oder sowas, was auch absolut sinnfrei und quatschhaft ist. Und dann gibt es noch dieses Vorurteil, dass alle Aro-Frauen einfach aus Spaß, weil sie es könnten, einer anderen Frau den Mann ausspannen oder sowas und dass da dann auch einfach eine gewisse Maßlosigkeit vorgeworfen wird, die vielleicht auch gar nicht da ist, weil nur weil eine Person allosexuell und aromantisch ist, heißt es erstens nicht, dass sie absolut zügellos ist und absolut maßlos ist und zweitens ist auch an vielen SexualpartnerInnen und an viel Sex einfach nichts Schlechtes dran, auch wenn er nicht in einer romantischen Beziehung stattfindet. Ist immer noch nichts Schlechtes dran. Ist absolut okay. Wenn das mit Konsens passiert, ja, dann haben wir noch das Problem, dass Alo-Aro-Sein oft eben auch als predatory und nicht jugendfrei gesehen wird, weil es sehr stark sexualisiert wird, als wäre die Identität inhärent sexuell und dass die Leute dann eben auch als Täter und als aggressiv sexuell gesehen werden, aber bei Frauen oder weiblich gelesenen Personen dann eher so im Richtung, also nicht, es ist nicht ganz dasselbe Bild wie bei Alo-Aro-Männern oder männlich gelesenen Personen, sondern es ist eher so im Sinn von verführend. Also die Täterschaft ist da eher so, also ist glaube ich generell auch so eine Frage vom Männerbild und Frauenbild, sondern eher so, die verführt den. Da muss ich gerade dran denken, ich meine, das ist ja schon aus alten Filmen, aber ist das so ein bisschen, kriegt das so richtig so ein bisschen in die Richtung femme fatale? Ja, wobei das, das ist glaube ich auch wieder was, was halt nicht nur aromantische Personen oder Personen auf dem aromantischen Spektrum betrifft, sondern einfach bei Frauen ist ja öfter dieses Bild, es gibt diese Verführerin quasi, die ist dann schuld, wenn er Sex mit ihr hatte und das ist ja auch, also das ist ja auch so ein Thema, ich sag mal, dass in, wenn es eine Affäre gibt, also nehmen wir mal an, typische heterosexuelle Beziehung und in dem Fall der Mann hat eine Affäre mit einer anderen Frau, dann passiert das einfach auch oft, das habe ich neulich mal gehört, auch in einem Podcast, also in einem Podcast von einer Beziehungsberaterin, Beziehungstherapeutin, die ja auch erzählt hat, dass ja, wenn es zu so Affären kommt, dass es dann auch häufig vorkommt, dass in heterosexuellen Beziehungen, wenn der Mann eine Affäre hat, dann die Frau nicht nur pisst auf den Mann ist, sondern enorm pisst auf die andere Frau ist. Was für mich da auch so wie so ein, so ein bisschen wie so ein Überbleibsel klingt in dem Sinne. Von wegen, ja, sie hat ihn verführt oder so und sie hat sich da, sie hat das ja irgendwie auch mitverschuldet, beziehungsweise sie ist da schuld dran. Es ist jetzt nicht so, als hätte er eine Entscheidung. Nein, nein. Was jetzt nicht heißt, dass nicht Frauen genauso Affären haben wie können wie Männer, aber darauf beziehe ich mich gerade einfach nicht. Ja, und dann haben wir einfach, um zum Thema zurückzukommen, auch die Annahme, dass Menschen einfach Aluaro wären oder sich Aluaro nennen würden, um unter Anführungszeichen schlechtes Verhalten zu rechtfertigen. Also da können wir natürlich diskutieren darüber, ob dieses schlechte Verhalten jetzt wirklich schlechtes Verhalten ist. Ich würde sagen, im Fall von natürlich Übergriffen ist es schlechtes Verhalten, aber das ist eben was, was zugeschrieben wird und also eben wo diese Identität wieder als Täterschaft gesehen wird, obwohl sie es nicht ist. Und gleichzeitig dieses im Fall von viel Sex und oder viele SexualpartnerInnen würde ich mal ganz klar sagen, kein schlechtes Verhalten, voll okay. Aber das ist dann quasi irgendwie auch so ein Vorwurf. Und was mir dann noch einfällt ist oder was ich auch öfters erlebe schon als Grey Ace, aber eben als aromantische Person, ist, dass so irgendwie eine Vorstellung existiert, dass Frauen beziehungsweise weiblich gelesene Personen sich verlieben würden, sobald eine Person Sex mit ihnen hatte. Also vor allem dann sind lustigerweise, also was ist lustigerweise? Es fällt mir eigentlich nur auf, dass, naja, waren bislang alle Männer, denen ich begegnet bin, die das angenommen haben. Und irgendwas von Bindungshormonen unter Anführungszeichen, die dann ausgeschüttet werden. Und dann kann sie sich eine Beziehung vorstellen und dann verliebt sie sich. Und auch wieder so ein bisschen dieses Kraft eines Penis will sie dann in eine dauerhafte Beziehung mit der Person. Und das ist eine anstrengende Vorstellung, wenn man sich damit auseinandersetzen muss. Zumindest für mich. Einen kleinen Einwurf muss ich dazu machen, weil ich gerade heute auch eine Podcast-Folge gehört habe, wo das so ein bisschen thematisiert wird. Also es gibt wohl wirklich, dass Oxytocin, oder wie das heißt, ausgeschüttet werden kann. Genau, aber das ist auch, wenn dann nur eine kurze Wirkung und das reicht im Allgemeinen jetzt nicht, dass man sich dann volle Kanne dauerhaft verliebt. Aber das ist, ich sag mal so halbwahr, so eine Halbwahrheit schwingt da wahrscheinlich mit. Ja, natürlich. Also und für manche Leute ist es wahrscheinlich wirklich so, dass sich dann Gedanken drüber machen. Aber Oxytocin ist ja nicht der einzige Faktor irgendwie erstens mal für eine Entscheidung für oder gegen eine Beziehung. Und zweitens macht Oxytocin noch nicht romantische Gefühle automatisch. Und auch noch nicht Limarenz, wenn denn Limarenz vorhanden ist. Also weder Verliebtheit noch andere, also noch vielleicht schwächere oder andere romantische Gefühle entstehen automatisch durch Sex. Und natürlich gibt es Hormone und diese Hormone tun auch Dinge. Aber erstens bin ich kein vollständig hormongesteuertes Wesen, was auch immer eins denken mag. Und zweitens, wenn ich nicht in dich verliebt bin, bin ich nicht in dich verliebt. Und ich werde mich vermutlich auch nicht in dich verlieben. Es wäre absolut seltsam, wenn ich nämlich nach 28 Jahren Leben plötzlich in dich verliebe, weil du Sex gehabt hast mit mir. Und wenn es doch passiert, dann passiert es vielleicht. Aber dann hat das wahrscheinlich weniger damit zu tun, dass du Sex mit mir hattest. Es wäre schon ein sehr großer Zufall. Ich glaube auch nicht, dass das passiert. Aber okay. Das wäre wahrscheinlich auch komisch. Schon. Es ging mir jedenfalls das erste Mal, ich bin ja demiromantisch, habe ich auch recht spät das erste Mal verliebt. Es ging mir jedenfalls damals so, dass das irgendwie komisch war. Ja gut. Ich würde gerne noch ein, ist nicht ganz so bekanntes Aceback-Thema, aber vielleicht nehmen wir das noch mit rein. Und zwar gibt es ja auch noch A-Ästhetik. Und da haben wir vielleicht auch noch einen Punkt, der da mit rein spielt. Ja, absolut. Ich rede gleich einfach mal weiter. Und zwar, zumindest in meiner Erfahrung ist es so, dass Frauen ja auch ein bisschen so ein Sinn für Schöne zugeschrieben wird. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich die einzige Person, deren Social-Media-Bubble auch Leute aus diesem Umfeld beinhaltet. Aber ich lese auch immer wieder mal so Bios von, also meistens Mütter, so irgendwie Ehefrau, Mutter, Sinn für das Schöne, so ungefähr. Und ich kriege es auch sonst so ein bisschen mit, dass für Frauen ein Ästhetik-Empfinden ist schon so ein vom Frauenbild ein Stück, oder ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen verbunden ist mit dieser Vorstellung vom Häuslichen. Also, dass Frauen eher so der häuslichen Domäne zugeschrieben werden und dann auch immer diese Vorstellung vom Lieben dekorieren, des Hauses oder so, oder gestalten. Ich weiß nicht. Aber da bricht das so ein bisschen mit diesem Bild, wenn wir jetzt eine weiblich gelesen Person oder Frau haben, die keine ästhetische Anziehung empfindet oder nur wenig oder vielleicht auch mit Ästhetik gar nicht viel anfangen kann. Und ja, da wird einfach auch eine Vorstellung gebrochen und eine Erwartung nicht erfüllt. Und das fällt dann auch auf, sage ich mal. Kenne ich auch. Also, ich habe zwar ästhetische Anziehung, aber ich weiß noch, dass ich blöd geguckt habe, als ich da eine Rose geschenkt bekommen habe und ich hätte mich ja darüber freuen sollen und so, wo ich sage, ich mag ungern meinen Pflanzen beim Sterben zuzusehen. Und ja, die sind hübsch, aber die sind vor allen Dingen auch hübsch, wenn sie auf der Wiese stehen. Ja, also ich brauche das nicht in meiner Wohnung. Außerdem, Entschuldigung, aber dieses ganzen Deko-Krams ist es einfach nur zusätzliche Staubwischarbeit für mich und ich bin nicht so ein Riesenfan von Staubwischen. Also ich mache es, aber ich muss mir nicht noch mehr Arbeit verschaffen. Ja. Ich will noch einen Punkt aufbringen. Also ist jetzt wieder ein anderes Thema, weg von der Intersektionalität mit dem Aceback. Aber wir haben uns noch aufgeschrieben, so ein bisschen, wer nicht mitzieht, wenn andere Mädchen oder halt auch andere weiblich gewissene Personen vielleicht, je nachdem, wie das eigene Umfeld ist, anfangen, sich für Jungs zu interessieren, dass die Person dann auch so irgendwie ein bisschen Außenseiter, Außenseiterin wird. Zumindest habe ich das auch so erlebt. Also so in den Jahren vor der Pubertät eigentlich schon, wo sich dann immer stärker so Jungs-Mädchen-Gruppen unter Anführungszeichen aufgespalten haben oder irgendwie stärker erwartet wurde, dass ich Teil der unter Anführungszeichen richtigen Gruppe bin und dann irgendwann auch alle angefangen haben oder die meisten angefangen haben, sich halt für Jungs zu interessieren. Ich weiß nicht, mich interessiert jetzt irgendwie, wie du das erlebst, Nora, also auch als Allo-Allo-Person einfach, wie viel Thema du denkst, dass das so ist oder war, gerade in der Zeit oder wie sich das dann ändert, weil ich kann wenig dazu sagen, ob sich das ändert, wie sich das ändert über die Zeit mit dem Erwachsenwerden. Also ich habe das nie so empfunden, dass wenn andere Mädchen anfangen, sich Führungsinteresse sehen, dass die dann, also wenn die dann nicht da mitgehen, dass sie dann Außenseiter sind. Aber ich finde es voll interessant, so von euch zu hören, dass ihr das so erlebt habt. Und ich finde auch so, je älter man geworden ist, umso unwichtiger wurde das Thema irgendwie. Also weil man halt so versteht, dass es was Persönliches ist und eigentlich die anderen Leute nicht so krass angeht. Vielleicht auch, weil es nicht mehr so neu ist. Ja. Ich glaube, sorry, Nora, ich weiß, du willst was sagen. Ich werde jetzt was vorwärts sagen. Ich glaube, es ist ein bisschen, also bei mir war es sicher auch, dass ich schon vorher oder dass da auch andere Themen dazu kamen, also auch dieses mich überhaupt nicht mit Weiblichkeit zu identifizieren, Dysphorie-Erfahrungen zu machen, stärker als zumindest davor, weil ich da noch mehr zwischen Mädchen- und Jungsgruppen unter Anführungszeichen wechseln konnte oder hingehen konnte, wo ich wollte. Also in meinem Fall waren das dann häufiger Jungsgruppen unter Anführungszeichen, was dann plötzlich, also weil halt sehr viele Leute zumindest in meinem Umfeld angefangen haben, sich über ihr Geschlecht zu identifizieren und da dann Gruppen zu bilden dann nicht mehr so ging. Und ich halt auch das Gefühl hatte, dass ich mit vielem in diesen unter Anführungszeichen Mädchen-Jungen-Frauen-Gruppen einfach nichts anfangen konnte oder mich selbst nicht hingepasst habe oder mich selbst dort nicht gefunden habe. Das hat dann sicher auch nochmal einen Einfluss gehabt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass nicht jede Person, die da nicht mitzieht, direkt zur Außenseiterin wird, sage ich mal. Aber ich glaube, wenn da ein paar Dinge zusammenkommen und das auch noch, dann kann es halt sein, dass Menschen sich schneller außen vor fühlen oder weniger oder keine Ahnung. Ja. Ich wollte dazu sagen, das passt da ja auch im Prinzip rein, ich war jetzt dadurch nicht direkt Außenseiterin, was aber auch daran liegt, dass ich wahrscheinlich meinen Freundinnenkreis in der Teenager-Zeit, der war sowieso, also queer und allo, allo, cis, alles gemischt. Und auch männlich gelesene, weiblich gelesene Person war gemischt. Also ich war dadurch keine Außenseiterin. Eher so ein bisschen dieses Spätzünder-Ding wurde mir halt angedichtet und irgendwie durch die Gruppendynamik habe ich halt auch versucht, mich ein bisschen anzupassen und irgendwie, was weiß ich, ich fand ein Beispiel ist, ich fand, damals liefen ja diese Pirates of the Caribbean-Filme und ich fand halt den Jack Sparrow ganz cool und dann wurde mir angedichtet, ah, du stehst auf Johnny Depp, glaube ich, der Schauspieler, was nicht der Fall ist. Ich mochte einfach nur den Charakter, weil er so schön verrückt war, was ich jetzt weiß. Aber ja, das war so ein bisschen drin, aber direkt Außenseiterin war ich dadurch jetzt nicht in der Gruppe. Aber ich kenne das so ein bisschen, kann ich das schon nachempfinden. Also dadurch dann als Spätzünderin zu gelten, ist dann auch wieder, ja, hat mich jetzt nicht sonderlich gestört, aber es ist ja auch wieder so ein bisschen, dass er da am Rand steht, stimmt schon. Ich denke, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, natürlich in welchem Umfeld eine Person sich bewegt. Ich hatte dann auch irgendwann mal, dass eine Person, also ich habe eine sehr seltsame Erfahrung dann mal gemacht, dass eine Person zu mir gesagt hat, die auch in einem Rand einer Freundesgruppe oder Teil einer Freundesgruppe war, wo ich mit ein paar Leuten befreundet war, die hat mir dann irgendwann mal gesagt, da war ich 16 oder 15, nee, ich glaube 16, dass ich die einzige Person bin, der sie glaubt, dass ich mich noch nicht verliebt habe oder dass ich mich nicht verliebt habe. Und das ist jetzt im Rückblick für mich auch so eine krasse Erfahrung, weil einerseits wurde mir in dem Moment geglaubt, sage ich mal, auch dadurch, wie halt mein ganzes Verhalten war wahrscheinlich. Aber gleichzeitig wurde mir gesagt, du bist absolut alleine auf dieser Welt und das ist absolut oft und das ist absolut unglaubwürdig für jede Person außer für dich und du verhältst dich eigentlich seltsam. Ich glaube, das sind schon so, also das kommt aber, glaube ich, auch immer auf die jeweilige Person und die Umgebung an, schätze ich. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal noch zu einem ganz anderen Thema, weil Männlichkeits- und in dem Fall natürlich vor allen Dingen Weiblichkeitsbilder sind nicht für alle Menschen gleich. Also ich würde gerne das Thema Intersektionalität anstoßen, beginnend mit Race und Rassifizierung und dafür will ich euch noch schnell ein paar Content-Notes nennen. Die genauen Zeiten findet ihr natürlich später in den Shownotes. Also erst mal wer da Rassismus, sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, allerdings nicht explizit, White Supremacy und etwas später Ableismus. Genau und zwar, wie Noah gerade gesagt hat, sind Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder nicht für alle gleich, sondern verschiedene Intersektionalitäten spielen da eine Rolle und führen auch zu eigenen Zuschreibungen bzw. Absprachen und anderen Bildern auch. Wichtig ist hier zu sagen, dass wir jetzt keine ExpertInnen auf diesem Gebiet sind. Wir wollen das Thema aber auch nicht ganz rauslassen. Wichtig ist aber, dass ihr den Menschen zuhört, die das auch wirklich betrifft, weil wir jetzt auch nur das wissen, was wir uns in verschiedenen Büchern und Artikeln angelesen haben. Die, die wir zitieren, findet ihr in den Shownotes. Das sind zum einen eben Refusing Compulsory Sexuality, A Black Asexual Lens on a Sex Obsessed Culture, das ich vor einiger Zeit gelesen habe von Sharonda J. Brown, aber auch einige Artikel. Ja, dann werde ich einmal damit anfangen, dass die Dehumanisierung für BIPOC-Personen oft eine größere Rolle spielt und da einfach noch eine viel größere Dehumanisierung von Asexualität bzw. von asexuellen BIPOC-Personen auch stattfindet. Schwarze Personen erleben gleichzeitig aber auch sehr viel Hypersexualisierung. Also da gibt es eine rassistische Zuschreibung, dass schwarze Frauen immer können und immer Sex wollen. Das hat natürlich rassistische Hintergründe bzw. ist ja auch eine rassistische Zuschreibung und Aussage und wurde im Kolonialismus war das erste Mal auch eine Rechtfertigung dafür, schwarze Frauen vergewaltigen zu können. Also quasi, wenn sie immer will, dann ist das ja keine Vergewaltigung und ist eben auch ein Ergebnis von weißer Überlegenheit, White Supremacy. Hier sehen wir auch, dass Geschlecht und Race und Sexualität einander bedingen bzw. scheinbar in einen Zusammenhang gesetzt werden, der so in der Realität natürlich nicht existiert. Also ich meine, dass die Zuschreibungen natürlich nicht richtig sind in dem Sinne. Gleichzeitig gibt es eben diesen Stereotyp nach wie vor, der auch aus dieser Zeit kommt, dass schwarze Frauen weiße Männer verführen wollen. Also quasi dieser, das ist dieser Stereotyp von die schwarze Frau, die immer kann und immer will und dann die weißen Männer verführt. Dementsprechend werden schwarze Mädchen oft schon sehr früh sexualisiert. Da gibt es wohl Studien, dass das tatsächlich schon im Kindesalter anfängt, also weit vor der Pubertät, was ich ziemlich erschreckend fand beim Lesen auch und natürlich die Fetischisierung schwarzer Personen, die stattfindet. Sollten wir hier auch nicht vergessen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder das desexualisierte Bild der schwarzen Amme, die quasi safe ist und keine eigene Sexualität besitzt. Und wenn wir diese ganzen rassistischen Zuschreibungen und Bilder, die existieren, von schwarzen Frauen in einen Zusammenhang mit Asexualität setzen, dann wird Asexualität schwarzen Frauen und weiblich präsentierenden Personen oft einfach nicht geglaubt, weil sie als hypersexuell wahrgenommen werden, ihre Asexualität dann als unnatürlich und nicht glaubhaft angesehen wird oder auch ignoriert und nicht ernst genommen wird. Nach dem Motto, das kann doch gar nicht sein von außen. Und gleichzeitig stellen sich schwarze Frauen dann doch auch scheinbar oder oft das können, dass sich deswegen manchmal die Frage stellen, bin ich wirklich auf dem asexuellen Spektrum oder ist das gegebenenfalls eine Reaktion auf die Hypersexualisierung. Das dürfte dann auch für einige schwierig sein, auch verständlich dann in dem Fall. Genau und schwarze Ase-Specs fordern dadurch das Bild von schwarzer Weiblichkeit und auch Männlichkeit im Grunde heraus und unser Weltbild auch, das quasi auf White Supremacy, also weißer Überlegenheit auch aufbaut. Anders ist es dann wieder für Ost- bzw. südostasiatische Frauen. Die werden auch sehr oft sexualisiert, aber gleichzeitig so ohne Stimme, also stimmlos gesehen oder beides. Also es ist so eine gleichzeitig passiv, aber auch sehr sexuell gesehen. Das ist so ein Bild von der submissiven und oder verspürerischen Frau, die so die Geheimnisse des Orients besitzt. Das ist natürlich auch ein rassistischer Stereotyp. Da findet auch sehr viel Objektifizierung statt. Also die Personen werden in diesem Bild passiv gemacht, stimmlos und es besteht quasi so die Zuschreibung, die würden aber alles mitmachen. Das ist im Endeffekt auch ein sehr dehumanisierender Stereotyp. Also da findet viel Dehumanisierung statt und die Frau wird quasi zum Sexobjekt gemacht. Und da sehen wir auch sehr viel rassistische Gewalt. Und da besteht so ein bisschen das Dilemma, dass die Person entweder sich verweigern kann, also sich als eindeutig nicht attraktiv darstellen kann, aber sobald sie irgendwie als attraktiv wahrgenommen wird, beginnt dann irgendwo eine Fetischisierung dieser Frauen. Und auch hier kann die Annahme von Asexualität wie internalisierter Rassismus wirken. Und dann auch in der Selbstfindung zu weiteren Komplikationen und anderen Fragen führen, als zum Beispiel ich sie mir jemals gestellt habe. Weil das eben kein Thema war während meiner Selbstfindung. Genau. Und was es da eigentlich braucht, ist ein Weg, Race, also Rassifizierung, Geschlecht und die Sexualität asiatischer Frauen bzw. weiblich eingeordneten Personen zu rekonfigurieren, ohne Allonormativität auch vorauszusetzen. Ja, und mehr dazu könnt ihr jetzt in den Artikeln nachlesen bzw. auch in den Büchern, die wir euch in die Shownotes verlinkt haben. Wie gesagt, wir sind da auch keine ExpertInnen und wir sind schon gar nicht, also wir sind auch nicht betroffen. Dementsprechend habe ich hier jetzt nur kurz zusammengefasst. Am besten, ihr lest das alles auch noch einmal nach und besonders am besten noch viel besser, ihr hört den Leuten auch zu, die das tatsächlich betrifft und erleben. Es gibt natürlich auch weitere Punkte, die in der Intersektion noch eine Rolle spielen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Alter oder Behinderung, die auch dazu führen können, dass Personen desexualisiert werden und deswegen Asexualität oder eine Identität am asexuellen Spektrum nochmal anders erleben. Andere queere Identitäten werden wieder sexualisiert, wie zum Beispiel Transfrauen. Das hatten wir vorher, glaube ich, auch schon kurz angesprochen. Bei behinderten Personen ist es so, dass die generell häufig desexualisiert werden, aber nicht nur desexualisiert werden, sondern auch gesellschaftlich als, ich sage mal, nicht begehrenswert am PartnerInnenmarkt angesehen werden. Also es gibt dann so diese Annahmen, die natürlich eblistisch sind, dass eine Person, die mit einer behinderten Person zusammen ist, sich quasi erbarmt und Mitleid hat und die so toll ist und die, keine Ahnung, jetzt supportet und pflegt und was weiß ich. Was natürlich diese, die andere Person in der Partnerschaft erst einmal wahnsinnig objektifiziert, Januar. Ja, ich wollte gerade sagen, einmal das Beispiel, und es gibt ja auch umgekehrt noch das Beispiel, wenn zwei behinderte Menschen in einer Beziehung sind, dass das dann nicht ernst genommen wird. Ja, und dann gibt es auch Ähnliches bei alten Menschen. Also die werden ja auch, ich weiß nicht, wir haben gesellschaftlich so irgendwie eine Annahme, dass alte Menschen irgendwann mal aufhören, Sex zu haben oder irgendwann mal aufhören, überhaupt eine Sexualität zu haben, was ja so jetzt auch nicht wirklich stimmt und wo dann auch quasi eigentlich Asexualität so als Standard gesetzt wird, sage ich mal, der aber natürlich nicht für jede Person stimmt und schon gar nicht für, also der einfach nicht so ist für jede Person, aber quasi auch genutzt werden kann, um Personen, die tatsächlich asexuell sind, dann sagen, nee, du bist nur alt oder du bist, das ist ja nur normal oder so. Ja, und führt dann dazu, dass die entsprechende weibliche beziehungsweise weiblich gelesene oder weiblich eingeordnete Person ihre Aceback-Identität noch einmal ganz anders erleben oder erleben können. Ich komme dann jetzt zur Lexikon-Ecke. Als Lexikon-Begriff haben wir euch dieses Mal Corrective Rape mitgebracht. Das ist Englisch und meint korrigierende Vergewaltigung oder heilende Vergewaltigung und ist ein Euphemismus, der die Vergewaltigung von queeren Menschen bezeichnet mit der Absicht, dadurch die sexuelle Orientierung der Person und damit das gesellschaftlich abweichende Verhalten zu bestrafen und oder zu ändern. Das ist natürlich einfach nicht okay und auch nicht möglich. Man kann die Identität, die sexuelle Orientierung eines Menschen nicht ändern und vielleicht noch interessant, der Begriff ist zuerst in Südafrika aufgetaucht. Ich habe euch heute die Kulturecke mitgebracht und zwar ein YouTube-Video diesmal. Das trägt den Titel Interview mit Dr. Voss über das biologische Geschlecht, biologisches Geschlecht unter Anführungszeichen und das Video wurde auf dem Kanal von Finessi hochgeladen. Finessi ist eine Transfrau, die auf YouTube und Twitch Videos zu Transthemen macht und sich mit denen auseinandersetzt, macht auch viele Reaction-Videos. Sie hat aber auch eine Website, die verlinken wir euch auch mit dem Video in den Shownotes. Ja, und wer ist der Dr. Voss, den sie da interviewt in dem Video. Das ist ein Professor für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung auf der Uni Merseburg. Und in dem Video spricht er über das biologische Geschlecht und wieso auch das biologische Geschlecht ein Spektrum ist und warum das wichtig ist. Natürlich redet er auch darüber, dass traditionell körperliche Merkmale in männlich und weiblich, also binäre Kategorien aufgeteilt wurden. Aber dass eben die Wissenschaft auch zeigt, dass biologisches Geschlecht doch auf einem Spektrum liegt, es viele Variationen gibt und eben auch viele Abweichungen von diesen binären Vorstellungen und dass es da eben auch völlig normal ist, dass es mehr als zwei Arten von biologischem Geschlecht gibt. Das Video ist so gut 40 Minuten lang und ja, ich fand es sehr informativ und gut und schaut es euch gerne an, wenn euch das Thema weiter interessiert. Genau. Und zum Abschluss kommen wir dann jetzt zu unserer allseits beliebten Frage, was nehmen wir aus der Folge mit? Und ich würde sagen, Finn, fang nochmal an. Ja, ich denke mir, ich nehme mir aus der Folge den letzten Intersektionalitätsteil mit, also Intersektionalität mit Race, also BIPOC und Ableismus und Alter. Ich denke, auch gerade weil das alles Dinge sind, die ich nicht erlebe und ist es, denke ich, wichtig, aber auch immer sehr gut oder mich damit auseinanderzusetzen und da auch Dinge zu lernen, wie einfach andere Leute auch ihre intersektionalen Identitäten erleben und was da auch für Zuschreibungen passieren auf diesen Ebenen, die ich vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm habe sonst. Nora, was sagst du? Also ich nehme aus der Folge auf jeden Fall mit, dass man diese Weiblichkeit auch hinterfragen darf und dass es oft so Klischees sind, auf die das alles aufgebaut ist. Und auch, was ich sehr interessant fand, war so die Perspektive aus dem A-Spectrum, weil ich die halt so persönlich gar nicht erfahre. Und ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Und ja, Nora, was sagst du dazu? Ja, ich habe jetzt ein bisschen überlegt. Also erstmal nehme ich mir mit. Wie soll ich sagen, im Vorfeld habe ich gesagt, ich kann hier eigentlich nicht viel zu sagen, weil ich mich nicht als weiblich identifiziere. Aber ich habe festgestellt, auch wenn man sich nicht weiblich identifiziert, kann man ein bisschen was dazu sagen. Das nehme ich mir mit. Und ansonsten, ja, auch einfach die Feststellung, dass das wirklich auf sehr vielen Stereotypen aufgebaut ist. Und ich hoffe einfach, dass das auch anders zu definieren geht. Und auch die Intersektionalität, weil damit habe ich mich natürlich noch nicht auseinandergesetzt, um es einfach mal so einfach interessant zu sehen, dass das halt auch unterschiedlich betreffen kann. Einen Hinweis hätte ich heute noch für euch. Und zwar wurde die ACE-Community-Umfrage 224 veröffentlicht. Die Umfrage wurde von einer Community-basierten ehrenamtlichen Organisation in Zusammenarbeit mit der Northwestern University in Evanston, Illinois in den USA erstellt. Es geht um die Zusammensetzung und das Wohlergehen von Menschen auf dem asexuellen Spektrum beziehungsweise der Communities. Und teilnehmen können alle ab dem Alter von 15 Jahren. Also schaut gerne mal in unsere Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zur Umfrage. und füllt sie aus. Ja, damit wären wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Und mir bleibt es eigentlich nur noch, mich zu bedanken. Allen voran natürlich erstmal bei Nora. Vielen Dank, Nora, dass du bei der Folge dabei warst. Und ich finde es auch immer so richtig toll, auch die Perspektiven von Allo-Allo-Personen hier im Podcast zu haben. Aber gerade im Fall dieser Folge natürlich auch die Perspektive einer cis-weiblichen Person. Dir auf jeden Fall herzlichen Dank. Dann im Vorbereitungsteam der Folge waren Orca Delfin, Noah, Finn, also ich, Chris, eine anonyme Person und als Gastperson auch noch Lumin mit dabei. Lumin hätte gerne auch bei der Folge mit aufgenommen. Das ging leider nicht, aber dennoch vielen Dank, Lumin, für deine Beiträge zur Folge und auch allen anderen. Den Schnitt der Folge wird Caro übernehmen. Vielen Dank, Caro, dafür. Ja, und jetzt habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar geht in Spektren jetzt in unsere wohlverdiente Sommerpause. Wir brauchen auch einmal ein bisschen Ruhe, Urlaub und ja, einfach Pause, um uns zu erholen. Die nächste Folge gibt es dann am 1. August wieder. Ihr habt also jetzt in den nächsten Wochen Zeit, vielleicht alte Folgen wieder zu hören, vielleicht auch mal euch mit anderen Themen zu beschäftigen, was auch immer. Nutzt die Zeit gut, schreibt uns zum Beispiel Feedback. Ja, genau. Eigentlich könnt ihr die Sommerpause nutzen, um uns Feedback zu schreiben oder euch sonst wie bei uns zu melden. Ihr habt Rückmeldungen, Fragen, Gedanken zu der Folge oder zu anderen, dann meldet euch gerne bei uns, schreibt uns. Auch wenn ihr Folgenideen habt, schreibt uns gerne oder auch wenn ihr bei Inspektren mitmachen wollt. Wir suchen immer Leute für den Schnitt, die Qualitätskontrolle, Social Media oder auch sonst wo. Also wo auch immer euch Spaß macht, meldet euch gerne. Ja, wo könnt ihr uns erreichen? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter Inspektren.eu, auf Instagram unter Inspektren unterstrich Podcast. Aber wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon, YouTube und Twitch. Aber das findet ihr alles auch in den Show Notes verlinkt. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an Inspektren at GMX.net und ihr findet uns auf dem Aceback German Discord Server. Dort könnt ihr in unseren Channel schreiben, wenn ihr wollt. Oder vielleicht findet ihr uns auch mal im Voice Chat, wenn ihr mit uns quatschen wollt. Dann sage ich Tschüss. 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 Musik 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 Musik